Willkommen zurück zu den Filmrückblicken. Bitte liken und abonnieren Sie weitere tolle Zusammenfassungen. Wir wissen Ihre Unterstützung wirklich zu schätzen. Heute zeige ich euch einen Horror-Mystery-Film von 2009 mit dem Titel Offen. Spoiler voraus. Kate und ihr Mann John betreten ein Krankenhaus, weil sie Wehen hat. Sie wird weggerollt, während John zurückbleibt sie anzumelden. Sofort beginnt Kate zu bluten. Sie wacht in einem Operationssaal auf, umgeben von medizinischem Personal, aber ihr Mann ist nicht da noch. Die ganze Situation fühlt sich seltsam und beängstigend an zu ihr, wenn die Krankenschwester ihr sagt, dass sie Baby ist tot. Kate kann es nicht glauben. John kommt herein und beginnt die Geburt zu filmen, als wäre nichts gewesen. Die Krankenschwester reicht ihr den Säugling. Kate schreit und plötzlich wacht sie auf oben in ihrem Bett. Sie steht auf, geht zur Toilette und schaut an der Narbe auf ihrem Bauch. Sie nimmt eine Tablette. Am nächsten Tag ist Kate in der Psychotherapie, wo Dr. Browning erklärt, dass als Albträume das sind eine normale Reaktion auf das Trauma der Todgeburt. Kate fragt sich, ob der Albtraum darum ging oder darüber, dass sie ein Kind adoptieren wird demnächst. Sie denkt, dass sie vielleicht noch nicht bereit ist. Kate sagt ihrem Therapeuten, dass sie darüber nachdenkt Alkohol kaufen, worauf Browning antwortet, dass das Wichtigste ist, dass sie es nicht getan hat kaufen sie am Ende. In Bezug auf die Adoption erzählt der Therapeut ihr, dass sie letztendlich entscheiden muss, ob sie es tut werde damit durchkommen. Kate holt ihre gehörlose Tochter Max ab von der Schule. Sie fährt sie nach Hause, aber wenn sie umzieht von einer Ampel abgelenkt, verursacht sie fast ein Unfall. Später sieht man Kate Klavierspielen und Komponieren von Musik. Sie wird irritiert von einem Geräusch, das sie hört. Also geht sie nach draußen und sieht, dass Max wirft ein Basketball an der Wand. Sie schreit sie an aufzuhören und das Kind entschuldigt sich. John kommt mit ihrem Sohn Daniel nach Hause und die drei spielen mit dem Basketball herum. In dieser Nacht bringt Kate Max ins Bett, wann sie bittet sie, ihr eine Geschichte vorzulesen. Die Geschichte handelt von dem verstorbenen Kind. Max fragt sie, ob sie eine neue Schwester bekommt. Bevor Kate ins Bett geht, nimmt sie noch eine Tablette. Sie geht mit John ins Bett und sie reden über die Adoption. Sie hat ihre Entscheidung getroffen, sie wird durchgehen damit. Einige Zeit später sieht man sie hineintauchen ein Waisenhaus. Schwester Abigail trifft sie im Voraus und erzählt es ihnen sie sich umzusehen. Kate bleibt im Erdgeschoss und schaut zu die kleinen Mädchen spielen und John geht zu der zweite Stock. Er hört ein Mädchen singen und geht hinein Zimmer, in dem Esther malt. Sie erzählt ihm eine erstaunliche Geschichte über das Gemälde sie macht, als Kate und Abigail hereinkommen das Zimmer. John stellt sie und die drei vor weiterreden. Das Mädchen sagt, dass noch nie jemand gesprochen hat zu ihr, weil sie anders ist. Sie scheinen sie zu mögen. Sie sprechen mit Abigail über die Adoption von Esther. Sie erzählt ihnen, dass sie ursprünglich aus war Russland und das sind die Leute, die es gebracht haben in die USA. Starb bei einem Hausbrand. Aber alles in allem denkt Abigail, dass das Mädchen ist wunderbar. Kate stimmt zu. Drei Wochen später holen sie sie ab Waisenhaus und verabschiede dich von Abigail. Im Auto bringt Kate Esther die Gebärdensprache bei. Sie erreichen das Haus und Max ist begeistert, sehe sie. Esther stellt sich ihr sofort vor. Kate fragen, wie viel sie hören kann. Sie sagt ihr, dass sie gerade genug hören kann, damit sie den Leuten von den Lippen lesen kann. Drinnen treffen sie auf Oma Barbara und Daniel. In dieser Nacht überreichen alle ihr Willkommensgeschenke, außer Daniel, der schon neidisch scheint das Mädchen, besonders wenn sie John A. gibt. Riesendanke Umarmung. Daniel geht mit nach draußen zum Baumhaus seine Freunde und sie blättern schmutzige Zeitschriften durch. Esther und Max spielen als Barbara im Schnee und Kate reden über Max und ihre Pläne wieder mit dem Unterrichten zu beginnen, sobald Esther sich eingelebt hat. Barbara scheint von Kate enttäuscht zu sein. In dieser Nacht braut sich ein Sturm zusammen, als Kate macht sich bereit, ins Bett zu gehen. Esther wacht auf und geht zu Max' Zimmer. John und Kate lieben sich, wenn es denn geht klopfe an die Tür und es sind die zwei Mädchen, die fragen in ihrem Bett zu schlafen. Esther will neben John schlafen. Am nächsten Morgen sind alle abfahrbereit, das Haus und gehe zur Schule, wenn Esther kommt in einem Kostüm die Treppe hinunter, Aufforderung die anderen Kinder lachen. Kate will sich vergewissern, ob Esther es wirklich will, das zur Schule zu tragen und das Mädchen erzählt ihr, dass nichts falsch daran ist, anders zu sein. Kate lässt sie das Kleid tragen. Später wird sie von ihr im Unterricht begrüßt, Lehrerin, wenn sich eines der Kinder darüber lustig macht sie. An diesem Tag spielen Max und Esther auf dem froßen See, wenn Kate ausläuft, schreit das Tun. Das ist nicht erlaubt. Gleichzeitig spielt Daniel mit Paintball-Gewehr und schießt einen Vogel. Esther und Max kommen rüber und er ist sehr aufgebracht. Aber Esther gibt ihm einen großen Stein und erzählt ihn, es von seinem Elend zu erlösen. Er will es nicht, also tut sie es dafür ihn. Später geht Esther baden. Kate geht in ihr Zimmer, um ihre Wäsche wegzuräumen, findet aber eine alte Bibel, die in einer Schublade steckt. Sie hört nicht, wie Esther aus dem Fenster schaut Badezimmer, als sie es durchsucht und findet. Ein Foto von einem Mann im Inneren. In der Schule machen sich Daniels Freunde lustig von ihm wegen Esther, also drängt er sie. Bücher vorbei. Als sie sie abholen geht, kommt ein Mädchen aus ihrer Klasse, findet ihre Bibel und während sie kämpfen. Dafür fällt es auf den Boden. Esther hebt es auf, aber das Mädchen greift danach ihr Halsband, das sie ein Hündchen nennt. Esther schreit. Später bringt Kate ihr bei, wie man die spielt Klavier. Dann fragt sie sie nach dem Vorfall bei der Schule. Aber sie will nicht darüber reden es. Kate gibt ihr ein Sammelalbum, das sie hat hat für sie schon angefangen, als Esther fragt sie über das Baby, das sie verloren hat. Kate erzählt ihr, was passiert ist, wie sie zeigt ihr die Rosen, wo sie ihre Asche verstreuten. Nach dem Abendessen denke ich, dass die Kinder schlafen, Kate und John lieben sich in der Küche. Esther taucht plötzlich auf. Am nächsten Morgen geht Kate zu ihr, um mit ihr zu sprechen darüber. Esther scheint unbeeindruckt, als sie malt und sagt sie weiß davon und benutzt das F-Wort Ficken. Kate und John reden später darüber und sie denkt, sie sollten sie zu einem Therapeuten bringen. John denkt, dass es überreagiert, das zu nehmen Kind zur Therapie für ein Schimpfwort. John nimmt die Mädchen mit in einen Park und während sie dort sind bei einer Schaukel kommt einer seiner Nachbarn vorbei mit ihm zu flirten. Währenddessen kommt Esthers Tyrann auf den Spielplatz auch. Esthers Aufmerksamkeit ist zwischen ihr aufgeteilt und Johns Austausch mit dem Nachbarn. Der Mobber hat tatsächlich Angst vor Esther und passt auf sie auf, wenn sie zum Spielen geht schloss. Sie will eine Rutsche runter, wenn Esther drängt sie plötzlich und brach sich das Bein. Max sieht sie dabei. Beim Abendessen an diesem Abend spricht John mit Esther darüber bestätigt Max die Geschichte, dass die Mädchen rutschte. Bevor sie essen, betet Esther und Max tut es das Gleiche. Sie versteht sogar Gebärdensprache besser als Daniel. Er verärgert sie und beginnt sie anzurufen Namen, wenn die Eltern eingreifen. Wütend und fluchend rennt er davon. John bringt zur Strafe ein Schloss an seinem Baumhaus an. Später ist Kate mit den Mädchen im Laden, wenn Schwester Abigail sie anruft. Esther weigert sich, mit ihr zu sprechen, aber Kate fährt fort. Sie tritt zur Seite und erzählt Schwester Abigail davon alles, was passiert ist, während Max liest ihre Lippen und zählt ihre Worte nach zu Esther. An diesem Abend spielt Esther perfekt Klavier zu Kates Überraschung. Sie fragt, warum Esther vorgab, es nicht zu wissen wie man spielt und das Mädchen antwortet, dass sie tat es zu ihrem Vorteil. In dieser Nacht streiten Kate und John über Esther und ihr Streitgerät außer Kontrolle. Esther hört sie zufrieden im Nebenzimmer. Eines Tages kommt Schwester Abigail zu uns Haus. Sie spricht mit den Eltern über Esther und denkt nach, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Sie listet ein paar Dinge auf, die sie haben könnte in der Vergangenheit getan, wie andere Kinder zu verletzen. Das Mädchen hört alles und geht zu holen Max, der ihr sagt, dass sie ihr helfen muss, damit die gemeine Dame sie nicht wegnimmt. Kate denkt, dass Abigail etwas auf der Spur ist, aber John denkt, dass sie überreagiert. Kate schlägt vor, sie zu einem Therapeuten zu bringen und er stimmt zu. Währenddessen fordert Esther Max auf, die Schlüssel zu finden zum Baumhaus. Aber stattdessen benutzt sie sie, um eine Waffe aus Johns Safe zu holen. Sie nimmt die Kugeln aus dem Revolver, einen drinlassen. Sie richtet es auf Max und erschreckt sie schrecklich. Als Abigail das Haus in ihrem Auto verlässt, Esther bringt Max zu einer Brücke und sagt ihr, dass sie es tun wird ihr so viel Angst machen, sie wird nie wollen zurückkommen. Als sich das Auto nähert, schiebt sie Max auf die Straße und Abigail schlägt das Mädchen fast, wirbelt und stürzt das Auto. Abigail findet Max weinend vor, als Esther zuschlägt sie mit einem Hammer. Sie weist Max an, ihr zu helfen, Abigail zu holen abseits der Straße. Sie rollen sie herunter, aber sie lebt noch, also erledigt Esther sie mit dem Hammer. Die beiden gehen in das Baumhaus, wo Esther versteckt ihre blutige Kleidung und den Hammer. Sie sagt Max, dass sie sie ins Gefängnis schicken werden auch nur, um ihr zu helfen. Esther sagt ihr dann, dass sie sie liebt. Daniel sieht sie das Baumhaus hinunterklettern, aber Esther sieht ihn auch. In dieser Nacht kommt sie mit einem in sein Zimmer Skalpell und rote ihm, nichts zu sagen. Der Junge pinkelt selbst. John und Kate bringen Esther zu Browning, der mit ihnen über sie spricht, während sie draußen wartet. Der Therapeut sagt, dass nichts falsch ist mit dem Mädchen, aber das ist Kate tatsächlich Problem. Sie glaubt, dass Kate sich als Mutter unzulänglich fühlt und lässt es an Esther aus. John stimmt ihrer Argumentation zu. Als sie nach Hause kommen, bekommt Kate einen Anruf aus dem Waisenhaus und sie hat es dieser Schwester erzählt. Abigail ist seit dem letzten nicht mehr zurückgekehrt Tag. Die Polizei sucht nach ihr und findet ihre Leiche, wo Esther es gelassen hat. Ein Polizist spricht mit Kate und John und sagt, dass sie keine Verdächtigen haben. Esther ist in ihrem Zimmer und schaltet das Licht an ihres Aquariums ein und aus und zeigt ein grauen Gemälde, das sie aus dem Haus und dem gemacht hat Familie. Kate sucht online nach Informationen über gestörte Kinder und zeigt ihre Erkenntnisse zu Johannes. Er widerspricht ihr wieder und sie sagt es ihm. Ihm wird sie Dr. Browning nicht mehr sehen. Kate ist besorgt darüber, wer Esther ist und sagt sie wird das Waisenhaus in Russland kontaktieren, wo Esther kam. Als sie telefoniert, erfährt sie, dass es gibt keine Aufzeichnungen über sie vor ihr Ankunft in Amerika. Am nächsten Tag geht John, um Esther aufzuwecken sie zum Zahnarzt zu bringen, aber da sie will nicht gehen, er verspricht einen neuen Termin. Sie verbringen den Tag gemeinsam mit Esther und Malen sagt ihm, dass sie denkt, dass Kate das nicht tut wie sie. Währenddessen nimmt Kate die anderen Kinder mit zur Schule und fragt sie nach ihr. Sie lügen und sagen, dass sie nie etwas getan hat falsch. In dieser Nacht kommt Esther in die Küche und erzählt es Kate, sie hat ein Geschenk für sie. Sie gibt ihr einen Eimer Rosen, gepflückt aus der Ort, an dem die Asche von Kates Tochter war verstreut. Kate regt sich auf und packt sie, aber John erzählt es sie war seine Schuld. In derselben Nacht geht Esther in die Garage und bricht sich die Hand. Zurück im Bett ruft sie nach John und sagt es ihm ihr Arm tut weh und als er nachsieht, sieht er es es ist kaputt gegangen. Sie kommen vom Arzt zurück und er schluckt sie in ihrem Bett, als Kate hereinkommt. Er konfrontiert sie, aber Kate sagt, dass sie es nicht getan hat, packt sie so fest. Später geht sie in einen Spirituosenladen und kauft ein zwei Weinflaschen. Sie wird ein wenig betrunken, wirft aber den Rest weg der offenen Weinflasche in den Abfluss. Kate fährt die Kinder wie folgt zur Schule morgen. Daniel steigt aus dem Auto und seine Tasche zerreißt, als Kate ihm helfen will, legt Esther ab. Das Auto fährt mit Max noch drin. Kate rannt dem Auto hinterher, bis es endlich da ist vom Schnee gestoppt. In dieser Nacht ist Dr. Browning in ihrem Haus und Kate schwört, dass sie das Auto in den Park gestellt hat und dass Max Esther deckt. John zeigt ihr die zweite Weinflasche, die Esther gefunden. Der Therapeut sagt ihr, dass sie reserviert hat ein Platz für sie in einem Rehabilitationszentrum, aber Kate erzählt ihnen ihre Seite der Geschichte über den Wein. Sie glauben ihr nicht über den Wein und über den Unfall. John denkt, dass sie manipulativ ist und gibt ihr eine Woche, um zur Reha zu gehen, oder er wird gehen und nimmt die Kinder. Währenddessen sagt Esther Max, dass sie schießen wird ihre Mutter, wenn sie sie verrät. Später geht Daniel in Max' Zimmer und sie erzählt ihm von Abigail und dem Baumhaus. Er sagt, er holt das Zeug aus dem Baumhaus, aber Esther hört ihn. Kate steht nachts auf und schleicht sich hinein Max' Zimmer. Plötzlich macht Esther das Licht an. Sie gehen hin und her, aber Esther zeigt es ihr das Tagebuch, das sie geführt hatte, ließ sie weiß, dass sie es gelesen hat. Sie verärgert sie, aber Kate fällt nicht dafür. Am nächsten Tag ruft Kate erneut im Waisenhaus an und wenn sie nichts herausfindet, sie geht, um Esthers Bibel zu holen. Sie findet es in einem Plüschtier versteckt und findet Bilder von Männern drinnen. Sie sieht die Worte Sahneinstitute darauf und sucht sofort danach, was sie bedeuten online. Sie ruft die Nummer an, die sie findet, und sie sagt es ihr, dass das Institut tatsächlich geistig ist Krankenhaus und kein Waisenhaus. Währenddessen schleicht sich Daniel aus dem Haus, um die Sachen aus dem Baumhaus zu holen. Esther folgt ihm dorthin und fängt an zu gießen Kraftstoff über die Beweise, dann zündet es an und fährt damit fort, Treibstoff über Daniel zu gießen. Sie sperrt ihn in das brennende Baumhaus ein. Er ruft nach seiner Mutter, aber sie ist zu beschäftigt Untersuchung von Esther. Daniel steigt auf das Dach und schreit um Hilfe. Er fällt auf einen Holzbalken, rutscht aber aus Feld zu Boden, als Esther ihn beobachtet. Plötzlich sieht Kate das Feuer, als Esther geht über Daniel, um ihn mit einem Stein zu töten. Max schubst sie weg und Kate kommt vorher an, sie kann noch mehr. Daniel lebt. Sie sind alle im Krankenhaus, wenn der Arzt kommt herein und teilt ihnen mit, dass er ein ernstes Problem hat, Nackenverletzung und erinnert sich möglicherweise nicht mehr daran, was passiert ist. Esther macht sich darüber Sorgen. Kate erzählt John, was sie über Esther herausgefunden hat, aber er ist immer noch nicht überzeugt. Während sie sich streiten, geht Esther zu Daniels Zimmer. Max weiß, was los ist und geht ihr nach. Esther beginnt Daniel damit zu ersticken Kissen, als Max ihre Eltern holen geht. Der Wecker in Daniels Zimmer geht los und die Ärzte beleben ihn. Kate konfrontiert Esther und schlägt sie. Pfleger packen sie und beruhigen sie. Sie verpasst einen wichtigen Anruf. Später wacht Kate auf und fragt sofort über Daniel. Sie bittet John, Esther nicht in die Nähe von Max zu lassen, da sie über Nacht im Krankenhaus bleibt. In dieser Nacht nimmt Max ihr Hörgerät ab und ihr Vater deckt sie zu. Esther kommt herein und schnappt sich das Hilfsmittel, als sie sagt ihr Gute nach. John geht ins Wohnzimmer und holt ab betrunken. Esther geht die Treppe hinunter, angezogen wie ein Erwachsenen und sitzt neben John, der nicht versteht was ist los. Esther beginnt ihn zu küssen, aber er schreckt zurück. Er erklärt, dass er sie nicht so liebt. Er und Kate lieben sich. John sagt ihr, sie solle in ihr Zimmer gehen, aber sie sagt ihm, er solle nicht mit ihr reden, als wäre sie eine Kind. Er sagt, er ruft morgen im Waisenhaus an über sie. Esther geht in ihr Zimmer und weint. Währenddessen erhält Kate einen Anruf von einem Arzt im Sahn-Institut. Er erkennt Esther und fordert sie aufzuholen ihre Familie aus dem Haus, um dann anzurufen die Polizei. Er sagt ihr, dass Esther kein kleines Mädchen ist, aber dass sie irgendeine Art von Hormonstörung hat, das lässt sie nur wie ein Kind aussehen. Sie ist eigentlich eine erwachsene Frau. Esther war eine der gewalttätigsten Patientinnen im Krankenhaus und als sie gegen ihre Fesseln ankämpfte, sie hinterließen Narben an ihren Händen und am Hals. Der Arzt sagt Kate, dass sie getötet hat mindestens sieben Personen. Kate eilt nach Hause, verwirrt wie sie konnte sie täuschen. Zurück im Haus verwüstet Esther ihr Zimmer und entfernt all ihr Make-up, mit dem sie sich versteckt hat die Tatsache, dass sie kein kleines Mädchen ist. John geht, um nach ihr zu sehen und findet ihre Bilder überall an der Wand. Kate ruft ihn an, als sie nach Hause fährt, aber im Haus fällt vorher der Strom aus, er kann abholen. Sie ruft die Polizei. John findet ein Licht und sieht durch das Haus, als Esther ihn ersticht. Er ist handlungsunfähig, aber am Leben, also hält sie darauf, ihn zu erstechen, bis sie ihn tötet. Max sieht sie und sie geht ihr als nächstes nach. Kate fährt so schnell auf das Haus zu, dass sie kracht dagegen und geht sofort nach oben. Sie findet John, dann merkt sie, dass Max da ist Ärger und versucht, sie zu finden. Sie schaut in ihr Zimmer, aber wenn sie es nicht tut, finde sie geht ins Badezimmer. Plötzlich erschießt Esther sie. Kate versteckt sich in ihrem Schlafzimmer, aber zum Glück Esther findet sie dort nicht, weil sie es ist sich außerhalb des Fensters verstecken. Max versteckt sich im Garten und Esther kommt für sie dort, wie Kate sie aus dem Glas sieht. Esther schießt erneut hinter ihr her und findet dann Max und schießt auch ihr nach. Max entkommt, als Kate das Glasdach zerbricht, auf Esther fallen. Einen Moment später weckt Max Kate auf. Sie nimmt die Waffe, hebt sie hoch und geht Esther hinterher. Sie geht hinaus in den Wald. Die Polizei kommt und betritt das Haus, aber Esther ist nicht da. Plötzlich rennt sie Kate und Max hinterher mit einem Messer. Die beiden stürzen auf den zugefrorenen See und sie kämpfen, während Esther unerbittlich geht nach Kate. Max nimmt die Waffe und schießt, zerbricht das Eis. Beide fallen hinein und kämpfen, bis Kate macht Esther handlungsunfähig. Als sie herauskriecht, packt Esther sie wieder, fleht sie an, sie nicht sterben zu lassen, aber Kate tritt ihr Rücken im See. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Filmzusammenfassung gefallen hat. Bitte abonnieren Sie und aktivieren Sie Benachrichtigungen für mehr.